Olga Konstantinone Tschechowa war eine deutsche Schauspielerin russisch-deutscher Herkunft. Leben Sie wurde in eine deutschsprachige Familie, die ursprünglich aus Saarbrücken stammte, in Russland hineingeboren. Ihr Vater war Ingenieur und brachte es bis zum kaiserlichen Eisenbahnminister. Ihr jüngerer Bruder war der Komponist Lev Konstantinovich Knipper. Ihre Tante, die Schauspielerin Olga Knipper Tschechowa, war mit dem russischen Dramatiker Anton Tschechow verheiratet. Olga von Knipper studierte vorübergehend Bildhauerei und Medizin in Sankt Petersburg. Nach einer Schauspielausbildung bei Konstantin Stanislavski in Moskau übernahm sie erste Rollen am Tschechokünstlertheater. 1914 heiratete sie den Schauspieler Michael Tschechow. Nach drei Jahren wurde die Ehe geschieden. Aus dieser Ehe stammt ihre Tochter Ada Tschechowa. 1936 heiratete sie den belgischen Industriellen Marcel Robbins, doch auch diese Ehe wurde schon nach drei Jahren geschieden. Olga Tschechowa, die schon 1917 Achtzehntel in Russland erste Filmerfahrungen gemacht hatte, emigrierte 1921 nach Deutschland, schlug sich zunächst in Berlin als Plakatmalerin durch und wurde im gleichen Jahr von Friedrich Wilhelm Murnau für den Film Schloss Vogelöt entdeckt. Zwei Jahre später folgte ihre erste Hauptrolle in Ibsens Nora. Ihr Bühnendebüt gab sie 1925 am Berliner Renaissance-Theater. Unter der Regie von René Clerc spielte sie 1927 in der französischen Komödienverfilmung der Florentinerhut. In England trat sie in Ewald André Duponts Moulin Rouge auf. 1928 war sie Co-Produzentin von fünf Filmen. Beim letzten Der Nahe seiner Liebe mit Michael Tschechow in der Hauptrolle, führte sie auch Regie. Neben Lilian Harvey wirkte Olga Tschechowa 1930 in einem der ersten deutschen Tonfilme, dem Lustspiel Die Drei von der Tankstelle, in einer Nebenrolle mit. Zu ihren Filmpartnern gehörten Ewald Balser und Willi Bürgel. 1930 erhielt Olga Tschechowa die deutsche Staatsbürgerschaft. Im März 1931 hob die ungarische Regierung das für ein Gastspiel von Tschechowas Berliner Truppe in Budapest ergangene Verbot auf. Die Tschechowa wurde die grande Dame des deutschen Films, dies besonders auch in der Zeit des Nationalsozialismus. Sie spielte in etwa 140 deutschen Filmen mit, darunter besonders häufig in Melodramen. Ihre Regisseure waren U. A., bis 1933 Max Obhüss, dann Willi Forst, Karl Fröhlich, Harry Piel, Erich Waschneck und Wolfgang Liebeneiner. In ihren Memoiren verhehlte sie nicht ihre guten Beziehungen zu Hitler und anderen Nazigrößen, oft war sie Hitlers Tischdame. Bei Kriegsende 1945 wurde sie noch im April nach Moskau geflogen und in einer konspirativen Wohnung untergebracht, wo sie ungefähr zwei Monate blieb. Offiziere waren die ganze Zeit um sie herum und fuhren sie auch zu Gesprächen in den Kreml, mit dem Geheimdienstchef Birie. Dann durfte sie wieder nach Deutschland zurück. Aus dieser Behandlung erwuchsen Vermutungen, sie habe einem Spionagenetz angehört. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete sie ohne großen Erfolg ein eigenes Theater in Berlin und eine eigene Filmgesellschaft. Ihr Rollentyp wandelte sich von der mondänen Dame, die sie noch in Burgtheater und Andreas Schlüter verkörperte, zur willensstarken Frau und Mutter. Tschechowa, seit 1937 Diplomkosmetikerin, führte auch einen Kosmetiksalon und gründete 1958 ihre erfolgreiche Kosmetikfirma Olga Tschechowa Kosmetik mit Niederlassungen in München, Berlin und Mailand. Ihre Tochter Ada Tschechowa und ihre Enkelin Vera Tschechowa wurden gleichfalls bekannte Schauspielerinnen. Ada kam 1966 bei einem Flugzeugunglück in Bremen ums Leben. 1971 spielte Olga Tschechowa mit ihrer Enkelin in Duell zu dritt. Die Schauspielerin Marina Ried war ihre Nichte. Olga Tschechowas Ruhestätte liegt bei ihrer Tochter Ada auf dem Friedhof der oberbayerischen Gemeinde Grefelfing, Landkreis München. Ihre Autobiografie Ich verschweige nichts folgten 1973 Die Erinnerungen Meine Uhren gehen anders. Fadin Glowna, der damalige Ehemann ihrer Enkelin Vera, drehte 1984 das Porträt Tschecho in meinem Leben über die Familie. Auszeichnungen 1962 Filmband in Gold für langjähriges und erfolgreiches Wirken im deutschen Film 1972 Großes Bundesverdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 1978. Nach Olga Tschechowa wurde eine Rosensorte benannt.